ja ich habe nur gestern ein neues steuerung set up genommen und jetzt muss ich jetzt mal noch mal üben fliegen eigentlich weil die neue steuerung noch gar nicht drauf habe theoretisch kann ich vier kilometer weit fliegen ich weiß und dann wirst du mal von hier nach da springen ja dieses sprung so scheiße was kann ich ja am besten stehen da irgendwo auf einer höhe hinstellen und dann den flug von vorne ich habe den hier festzuhalten dass man hier ja ich glaube mehr als eine halbe stunde 20 minuten am stück kriegst du mit dem training machst du schon aber jetzt hier in zwei minuten wieder dran gewöhnt ja ich merke das schon richtig hier das ist ein baum ja das ist ein baum mit der autoerkennung ja war nur vorne war das zurück? ja oh du kannst sogar gucken was du filmst gerade ja so jetzt muss ich mal kurz gucken wie lange hält sonder? mal gucken target acquired go in hot jetzt nehmen wir auf voll hoch voll hoch voll hoch automatisch ist der passen abgehoben ey jetzt folgt ihr automatisch Oh shit, ich habe ihn aus der Sicht verloren. War das zu schnell? 10 Zentimeter zu nah an meinen Füßen. Für die Follow-Me-Funktion ist die Strecke jetzt zu kurvig. Was kriege ich die Drohne so schnell hin? Der Sprung von der Seite geht besser. Nee, nee, anderer Sprung. Nee, aber geht so langsam besser. Ach so, ja, aber... Nee, der Verreißer war das bei mir vorhin auch so. Der verreißt hat immer. Einmal noch. Mach mal im dritten Gang. Fahr mal von da im dritten. Fahr mal im dritten Gang von da an. Das schaum ich hier. Ja, muss gehen, ne? Erster, zweiter, dritter und dann dritter. Aber hier ist es so hoch. Ich habe die Gasse weiter als dritter. Nee, was du mal dritten kannst. Jetzt schon die Spuren wegmachen? Jetzt verreißt der das auch nicht. Das ist so hoch. Alter! Jetzt siehst du gleich nicht mehr viel See? Critical Hit! Ich habe eins im Video, wie das Auto so in die Drohne fliegt. Siehst du? Der Fahrlehrer war wieder hier. Jetzt verreißt der das Video, ne? Ja. War ja schade. Nee, der hat immer im zweiten Gang gemacht. Ich habe die Verbindung zu den Satelliten verloren wegen dem Nebel. Ich fliege gerade. Mit Femmium kann ich nicht mehr fliegen. Ich kann jetzt auch auf sich fliegen. Ich kann jetzt auf sich fliegen. Eine Ewigkeit später. Dome wäre so ein Arschloch. Taking some damage. Returning to base. Go home. Oh oh, sie fliegt alleine zum Home Point. Oh oh. Geile Verbindung. Landing. 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 Mei suddenly. Hit! favorites mehr. Đ reader. Ich kann 선배 irreverte. Bow. Det tudo Ei ribe. Ist doch. Dann. Befe��. K Pained! Femmium. Femmium. backed